Ich finde es cool, aber es wird sich aus wie eine Magina. Einen schönen guten Tag, liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Alleine hier so ein bisschen im Freien heute, das ist ein bisschen cooler. Ich habe wieder coole Sachen dabei. Postkarten von Urlaub, ich denke mal die Person wird schon lange, lange wieder da sein. Und zwar ist das aus Berchtesgaden. Cool. Hey Jody, hey Dom, entspanne gerade ein paar Tage in Alpen. Wetter ist nicht so toll. In Alpen ist es doch generell nicht so, weil es immer so Schnee und sogar nicht. Aber meine Laune ist super, finde ich gut. Die Autos sind auch ziemlich gut hier im Umfang. Obwohl ich euch nicht persönlich kenne, sind zu mir eure Videos echt ans Herz gewachsen. Danke, dass ihr mein Paket im Video ausgepackt habt. Liebe Grüße aus Würzburg, Christina. Ja, ich kenne Christina als Christina nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich hatte eine Vermutung, dass Christina sein könnte. Wir machen sofort weiter. Ich habe noch vier Sachen dabei. So hier. Ich packe das mal eben zur Seite. Ich räume das gleich weg. Ich mache keine Umweltverschmutzung. Hier ist viel drin. Ach, Lisa ist das. Okay, die kenne ich sogar. Ach ja, hier sieht man wunderbar mit einem Foto. Da, von der Gamescom. Nimm Lisa. Hey Dom. Ich kann Sachen, die zusammengeschrieben sind, nicht lesen. Dom ist schön mit Sidecut. Ach so. Findest du? Ne, ich gar nicht. Hey Dom. Außerdem habe ich versucht, dich als Domröschen zu machen. Allerdings nicht so in Gangsten rum. Wenn ihr mir noch eine Autogrammkarte dazulegen könntest, wäre das echt lieb. Der Brief sieht so aus. Relativ schön verzifiziert mit so coolem Stuff. Und hier ist Domröschen. Da bin ich. Ja. Sieht nicht so wirklich wie du aus. Ist ja auch ein Mädchen. Liebe Lisa. Ist klar, er sieht so aus wie ich. Nächstes ist wieder so ein weißer Umschlag. Die gehen irgendwie super schlecht auf, die Sachen. Warum auch immer. So. Okay. Das ist ein Junge auf jeden Fall. Ein Handschuh, da erkennt man das sofort, dass es ein Junge ist. Aber hoffe ich mal zumindest. Oh, ist doch ein Mädchen, glaube ich, ne? Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Oh, fuck. Ist ein Mädchen. Sieht cool aus. Die haben geschrieben. Ja. Hallöchen Dom. Das hier ist einer meiner ersten Fanbriefe. Also. Ich schäbe mich gerade für den. Von so sah das aus wie ein Junge. Ja. Aber von drinnen sah das doch aus wie ein Mädchen. Also bitte liebe Sina. Tut mir voll leid. Ich wirklich, wirklich. Tut mir echt leid. Aber alles cool. Ähm. Also. Schon scheiße. Ja. Entschuldigung, wenn es ein bisschen komisch ist. So. Ich liebe deine Videos und freue mich jedes Mal unglaublich, wenn du ein neues Buch lädst. Doom und deine Twitterrunden sind meine Lieblingsformate. Und. Deine Streams guck ich auch immer. Richtig gerne. Joa. Ich denke, das war's. Bleib so wie du bist. Ciao, deine Sina. PS-Grüße Jodie von mir. Sie ist auch toll. Hashtag. Tetris krank. Instagram. Youtube. Unterstrich. Vollzeit fangirl. Twitter. Sina. Wesley. Hashtag. Eigenwerbung. Ja. Vielen Dank liebe Sina. Ja. Hast du gut gemacht für den ersten Dingens. Doom und Twitterrunde machen wir ja nicht mehr so häufig. Leider Gottes. Ähm. Das ist ein Junge. Kann ich schon vorfällig sagen. Weil. Der Name drauf stand. Klemmer, ne? Ein bisschen clever. Ähm. Okay. Rückumschlag schon mal dabei. Im schönen Braun. Es gab damals mal Toilettenpapier. Das war auch so. Ganz damals. Sag's denn mal. Ähm. Am PC geschrieben? Ne. Doch. Ne. Mit einer Zeichnung? Ich bin gespannt. Okay. Ich will's jetzt nicht richtig lesen gerade. Epische Überschrift. Hi Dom. Ich dachte ich schreib dir auch nur bevor du so viel Fanpost bekommst, dass du sie nicht mehr lesen kannst. Ich habe zuerst einen Brief geschrieben an dich und Jodie geschrieben. Aber sie ist ja nicht mehr dabei, wie sie mich heute aufgeklärt hat. Ich finde deine Videos super. Und schau auch lief von Wotterdom und freue mich immer auf Five Nights at Freddy, wenn du das noch machst, wenn du das hier liest. Auf The Walking Dead Episode 5 habe ich richtig Bock. Da ich so kein begabter Zeichner mit Figuren oder so bin, habe ich das gezeichnet, was ich am besten kann. Nämlich Adler. Okay. Finde ich cool, aber das sieht aus wie eine Vagina. Ich weiß nicht warum, aber das ist doch kein Adler für mich. Das ist doch kein Adler. Das sieht aus für mich wie... Also ich weiß ja nicht, liebe Leute, aber ein sehr schöner Adler ist das geworden. Lieber Jens. Sehr cooler Adler. Ähm... Öh, Tiere. An Jodie und Dom. Da ist Schokolade drin. Geil. Zweimal Karamellschokolade. Oh no no. Und... Ähm... Ein Brief. Und noch was anderes. Aber das packe ich jetzt gleich aus. Hey Jodie und Dom. Ich schaue euch nicht so lange, aber ich finde euch toll. Zudem sehr toll. Ich finde euch tro... Trotzdem. Ach, trotzdem sehr toll. Eure Videos finde ich richtig cool. Ich mag vor allem die Livestreams. Jodie du bist mega hübsch. Und Dom. Mega cool. Yeah. Ich habe euch Schokolade dazu gegeben. Ich hoffe ihr freut euch. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Wir freuen uns. Hättet ihr von euch bitte für meine Freundin und mich zwei Autogramm Karten? Das wurde gar nicht gesagt. Ich hab mir vielleicht den Namen gesehen. Egal. Das sind so... Das sind so... Das sind so Armbänder? Bei mir das passt nicht. In eins passt ich nicht rein. Kann man beide umhängen? Ich weiß das noch nicht genau. Vielleicht schon. Ähm... Leute, das war's. Ich hab mich ein bisschen zu sehr beeilt gerade. Aber ähm... Wieder sehr geile Stuff dabei gehabt. Wenn ihr irgendwie Bock habt, noch was zu schicken. Unten in der Videobeschreibung ist die Adresse. Gerne auch selbst gemalte Vaginas und so mitbringen. Ähm... Mitschicken. Also selbst gemalte. Ähm... Ähm... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.